das kommt zu einem nächsten video von anime showdown ja leute das kommt heute jetzt hier mittwoch ja skyblock funktioniert mit aufnahme nicht richtig irgendwie hat es einen bug im kopf oder irgendwas doch heute die ersatzfolge ich weiß es nicht ich verstehe skyblock nicht mehr eigentlich wirkt man so weil es muss geabgeset werden für immer heute machen wir weiter was besser ist jetzt halt doch mal die dämme ich mich angreif mich heute man denn ich kann noch füge das ist viel zu stark ja schiffe dich so wir müssen aufstehen Junge, halt doch auf mich so kratertieren ey Junge ey, ich muss hier weg, Schiss Junge, das ist doch hier zum Kotzen, Leute kann man irgendeinen Scheiß machen jetzt ja, Level 30 kann ich mich nicht annehmen pass auf Junge, halt doch bei dir hinten ich hasse Gegner, wenn die immer dazwischen gehen und das sind meine Junge, jetzt sag dir mal ist doch kein Leben hey, sieh, was denn, Mensch bitte, du bräuchst mich nicht an der Stütze, Mensch Mann ey, haut doch ein, Verrat, sonst seid ihr was ja, kann man sich einmal mal ausruhen, Mensch Junge, lass mich doch nur rum, Mensch, kämpfen oder seid ihr so schwer, Mensch dass ihr gar nicht könnt so ein schöner Vierer dann kannst du mir meine Attacke ersetzen die sind wieder weg die kann man, Leute, die gehen mir auf den Sack, diese Scheiß Dinger die sollen aufhören, mich zu nerven Alter, Junge die sollen ja nicht den Nerven singen jetzt so, dann sollen die mal die ähm, naja dann weiß ich jetzt gleich meine Attacke einsetzen okay das ist blanker Betrug das ist blanker Betrug man stirbt gleich die soll aufhören zu nerven, Mensch sonst wenn ich, weil ich die auf die die Verbindung ist hier ein bisschen Scheiße ich muss nicht hier weggehen so, pass auf eins ja, wir haben schon mal nur jetzt mal hier dann zwei, pass auf dann wenn jetzt ja, komm, ja, komm, ja Bats Mitte 28 Ich habe einmal nicht aufgepasst. Schäme dein Leben. Okay, erst mal reagieren. Was soll das denn gerade hier, Alter? Wenn die hier jetzt waren zu nehmen. Habt ihr es wirklich gesehen? Was soll denn jetzt auch die neuen Gegner? Weil jetzt haben wir hier eine neue Kampfmode und das ist noch viel stärker. Ja, wir werden uns nun... Ist eine schöne, sehr schöne Attacke, aber... Also wirklich... Ich habe es gar nicht gesehen. Sag mir jetzt nicht, dass ich jetzt hier bei dieser Fähigkeit... Junge, was ist das denn jetzt? Haben wir noch die anderen? Bitte. Das ist alles, dann müssen wir uns lassen. Junge, Junge, Junge... Also da brummt es nicht. Das sieht an die Fähigkeit... Die ist verfackt... Ey, Junge, das ist doch ein Witz. Okay, dann bleibe ich bei dieser Kraft, Junge. Jetzt habe ich auch ausformen, warum das so ist. Das ist die Fähigkeit. Das ist die andere Fähigkeit. Die Gummifahrt... Fähigkeit. Die komplett blimm-blimm ist. Pass auf, komm her, komm her. Schön damit. Wir brauchen noch einen. Wir brauchen noch einen. Ja, komm her. Ja, komm her. Ja, wenn ich den Charme bekomme... Besser. Oh, halt doch so. Ähm... Komm her, komm her. Ja, jetzt juckt das an mir nicht. Kommt einfach her. Du bist jetzt... Das ist die Gummi... Ach, ich glaube, die ist nicht verpackt. Und die hätte ich gerne dann wirklich ausgenutzt, aber... Bei der ersten Zeit... bei der ersten Zeit... Okay... Halt auf. Oh, die habe ich wirklich keine Chance. Halt auf! Du? Okay, jetzt ist er dran. Okay. Halt's Maul. Halt's Maul. Halt einfach deine Fresse. Junge, das ist doch witzig. Ja, ich möchte noch das... Wieso kann man nicht zwei aufgaben? Gleichzeitig. Dumm. Ähm, da brauche ich mal drei. Da ist man hier schon mal vorn noch einmal fertig. Das ist so... Los! Nimm, 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 nimm. Nimm den Zorn. Der Zorn! Okay, jetzt sind die anderen dran, Junge. Was ist denn das mit einem Witz? Na ja, wenn du mich schlagen willst. Na ja, mhm. Ich glaube, es ist ein bisschen... Na. Na ja, witzig. Oh, dass du hier hinten schlagen willst. Das ist doch vor. Ah, jetzt weiß ich. Den Kampf. Danke für den Quid. Das ist gar nicht gekommen. So. Ah, ja, ja. Aufpassen. Eins, komm mal her. Was ist das für eine... Ja, wir können Level 29 spielen. Aber dann haben wir Level 30 sogar. 30 Level... Oh Gott, Juni. Oh! Okay, Scheiß. Ihr wollt es nicht anders. Jetzt! ja ich helfe euch hier nicht ich würde gerne mal ich hab doch noch ein wo der gerade 19 level kämpft der ist nicht im kampf das war nämlich meins ist so knapp an level 30 so 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 ja hä so bekloppt ich hätte doch die attacke gehen können neue attacke Ok, pass auf, die Feuerwehr wird, äh, Junge, was ist hier los, hier, da muss, ah, Mensch, kann, um, eine andere, Butterquarts, und was ist hier, denn auch schon, auch schon,